Ein Mensch lebt drei Leben. Das erste endet mit dem Verlust der Naivität, das zweite mit dem Verlust der Unschuld und das dritte mit dem Verlust des Lebens selbst. Es ist unausweichlich, dass wir alle drei Stufen durchschreiten. Das dritte mit dem Verlust des Lebens. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Unscheut ist die fachste Illusion. Es gibt nichts. Unscheut ist die fachste Illusion. Unscheut ist die fachste Illusion. Unscheut ist die fachste Illusion.